Hallo ihr Lieben! Willkommen zurück auf der nächsten Etappe des Jakobswegs. Wir setzen jetzt unseren Weg fort, ja interessanterweise wieder Richtung Buchen, wo wir in der letzten Etappe mehr oder weniger schon mal waren. Das geht jetzt hier ein bisschen zickzack. Und dann hoffe ich, dass ich heute auf jeden Fall meinen nächsten Stempel in der Kirche in Treves bekomme. Los geht's! Einen kurzen Anstieg geht's jetzt hier runter. Wieder ohne Schild, wo wir eigentlich lang gehen müssen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass wir durch Brand müssen und nicht hier hoch nach Buchen, wo wir, wie schon gesagt, hergekommen sind, gehen wir mal hier runter. Eine schöne kleine Bank mit Blick ins Tal. Aber auch wenn es hier so schön durch den Wald idyllisch geht, die Autobahn und die Straße, das hört man schon richtig, richtig laut hier oben. ... 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 Also wenn der Automat befüllt wäre, oder vielleicht ist er auch verfüllt, kann man hier Grabkerzen im Automat ziehen. Ich bin hier nicht einfach so auf den Friedhof gegangen, der Jakobsweg geht hier tatsächlich direkt rüber. Das ist die Innenstadt von Telfs am Samstag. Also nicht wirklich viel los. Ich fühle mich schon wie am Feiertag. Und warum sind die Beschäfte eigentlich schon so wirklich zu? Also die Touristikinformation hat tatsächlich nur am Wochentag offen. Das heißt, wenn ihr am Wochenende hier Samstag oder sowas seid, ist es leider zu. Es gibt auch ein paar hübsche Sachen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ein ganz niedlicher Rucksack mit Love Tirol. Schau, da ist die Mama. Geste Mama noch. Und auch die Jakobsweg Broschüren. Einmal natürlich den in Wirlaufen, Isach-Leusach-Leutersche-Asche-Inn und den Tiroler Jakobsweg. Nachdem wir uns wieder nach der Innenstadt ein bisschen verlaufen haben, in Telfs, hat uns der Jakobsweg jetzt wieder. Nach Ficht angeblich eine Viertelstunde. Wir gehen jetzt mal ein bisschen geradeaus. Dadurch, dass das hier wieder ziemlich berghoch ging, bin ich schon wieder ziemlich krocki. Ich hoffe, hier kommt jetzt bald eine Bank. Ich sag mal, wir haben heute so viele Bänke schon gesehen. Aber meistens ist es so, immer wenn ich Breine brauche, kommt keine. Es geht wieder bergauf. Nette Begegnung. Zwei Pferde. Oft ein bisschen ausweg. Wirklich sehr schön. Auch ausgeschildert. Ich hoffe, das bleibt so. Jesus sagt zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jetzt wird der Besinnungsweg schön idyllisch. So ein kleiner Trampelpfad. Neben uns ist so ein bisschen was Breiteres. Ich vermute, dass das hier, ja genau, hier teilt er sich schon. Wir gehen so ein bisschen links weiter und rechts runter geht der größere Weg. Baustelle auf dem Besinnungsweg. Ich habe die Bauarbeiter hier gefragt, ob ich hier Angst haben muss, dass ich irgendwas auf den Kopf kriege. Und die meinten nein. Sie machen Mittag. Aber hier hinten werkeln irgendwie welche rum. Mal gucken, was die mir sagen. Sieht aus, ob die über eine Pipeline ziehen. Also soviel zum Besinnungsweg. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wie wird es sein, wie es ein Eine Stunde soll es noch sein. Das ist echt so herrlich hier. Und jetzt gehen wir auf unseren letzten Streckenabschnitt nochmal in den Wald. Laut meiner Abschätzung würde ich jetzt sagen, wir müssen noch vier bis fünf Kilometer laufen. Der Blick führt in die Weite mit einer schönen Bank. Und vorne geht es ganz steil runter. Hier sieht man die Bahnschienen, die Autobahn und den Ort. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier im Wald. Das ist ein riesiges Windspiel. Wir sind jetzt an dieser Station 2 von dem Besinnungsweg. Schöpfergeist, Sturm, Wind und Säulen soll das hier darstellen. Die Bibelstelle, die dem zugrunde liegt ist, der Geist weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Auf den letzten Metern begleiten uns hier noch so schöne Bilder. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob ich sie mal sehen müsste, die Wallfahrtskirche. Hier sind nochmal die Stationen des Weges zusammengefasst. Wir sind jetzt an unserer letzten Station angekommen. Das Labyrinth. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Da ist sie die Wallfahrtskirche Marie-Locher-Boden. Das offizielle Ende vom Jakobsweg. Isar-Leusach-Leutatscher-Ache-Inn. In meinem letzten Stück war ich jetzt 19 Kilometer unterwegs. Ich bin froh, dass ich angekommen bin und traurig zugleich, dass der Weg zu Ende ist. Herzlichen Dank euch, die meine Reise verfolgt haben. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Ich bin froh, dass der Weg zu Ende ist. Untertitelung des ZDF, 2020